Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Alan Wake! Ja, wir sind beim letzten Mal hier bei diesem Autounfall ausgestiegen, wo wir noch nicht so hundertprozentig wissen, wie der zustande gekommen ist. Das werden wir jetzt, denke ich, mal erfahren. Eigentlich waren wir ja schon in dem Haus und... Ja, plötzlich ist der Strom ausgefallen, unsere Freundin wurde entführt. Also, was genau jetzt hier passiert ist? Keine Ahnung. Du bist aber auch ein Vollidiot, also ganz ehrlich. Ein riesen Arschloch bist du teilweise. Okay, das sieht so aus, als müsste ich da lang, deswegen werde ich jetzt mal kurz hier lang schauen. Okay, hier geht's nicht mehr lang. Dann bleibt mir keine andere Wahl. Oh mein Gott, und es ist dunkel und... Alter Schwede, was ist da unten? Da unten will ich hin. Ah, da steht wieder dieser Wagen. Ja, Dunkelheit ist ja... Nicht so unser Metier in diesem Spiel. Oh Mann, warum? Ja, das war mal dein Auto. Würde ich jetzt so spontan sagen. Oh, wir haben wieder keine Taschenlampe und keine Waffe. Ich fühle mich extremst... Nackt gerade. So wie sich halt ein Mann fühlt, ohne Knarre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann nicht gut werden. Erlen, was hast du da nur wieder angestellt? Hallo? Irgendein Ruf nicht. Oh, das Licht, okay? Ich möchte nicht ins Licht gehen. Ich weiß, da werden ganz böse Dinge passieren. Ich will nicht ins Licht gehen. Hallo? Ist jemand da? Ich will nicht ins Licht gehen. Ich habe den Autor genannt. Ich habe es nicht geschrieben. Ich konnte es nicht vergessen, wie es geschrieben wurde. In der Szene auf der Seite wurde der Heroin von einem Axtmörder in der Nacht in den Wald. Hey, Moment, das haben wir doch gerade eben schon gespielt. Aber auf der anderen Seite, was bist denn du für ein Schriftsteller? Welcher Schriftsteller tut denn bitteschön erst den Buchnamen sich ausdenken und dann erst die Story dazu? Also, mir hat man mal gesagt, dass der Buchtitel das letzte ist, was man irgendwie festlegt. Aber gut, Alan ist halt ein bisschen anders. Will ich wirklich hier in diesem Wald ohne Taschenlampe, ohne Schusswaffe? Ich werde wahnsinnig. Ich werde echt wahnsinnig. Wie gesagt, ich spiele solche Spiele zwar unheimlich... Nein, 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 nein. Ich spiele solche Spiele zwar unheimlich gerne, aber... Ebenso gerne, wie ich sie spiele, genauso schreckhaft bin ich auch. Und... Also... Äh... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier weitergehen sollte, aber... Guckt euch einfach mal das da unten an. Es sieht halt geil aus hier. Ich will jetzt weiter, so. Ich halte mich jetzt auch nicht, äh... Sonderlich lange irgendwie an der Umgebung auf. Die Lichter nach vorne waren ein gutes Zeichen. Vielleicht hätte ich nicht, dass ich nicht all den Weg nach der Gasstation herunterhabe, um ein Telefon zu finden. Meinst du? Mhm. Holzfällerlager. Ja, wenn da nicht ein paar Leute rumrennen mit einer Axt. Also, was, wenn ich im Holzfällerlager? Wo dann? Und ich habe immer noch keine Taschenlampe. Ich werde bescheuert. Lalalala. Ich will nicht mehr... Warum... Warum habe ich mir dieses Projekt nochmal ausgesucht? Ach ja, man... Man... Äh... Es haben viele gesagt, dieses Spiel wäre total toll und man müsste es spielen. Ja, was habe ich jetzt davon? Herzlichen Glückwunsch. Ich spiele Alan Wake. Bin alleine in einem mir unbekannten Wald unterwegs. Es ist neblig. Ich habe keine Taschenlampe. Ich habe keine Schusswaffe. Aber ich weiß, dass mir Leute hier ans Leder wollen. Haha. Na, toll. Kontrollpunkt erreicht. Ja gut, wenigstens etwas. Was war das? Hör doch auf, rumzurufen. Junge, halt einfach die Schnauze. Bitte. Das ist jetzt echt das... Oh. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Der sollte uns doch den Schlüssel geben. Junge. Was hast du hier? Oh mein Gott, er hat ihn zerlegt. Naja, fast. Also... Noch ist er in einem Stück. Daneben blinkt was. Da werde ich jetzt als allererstes mal hingehen. Eine Kaffeekanne. Oh, ich bin immer noch komplett unbewaffnet. Nein. Ich möchte nicht. Oh nein. Oh. Was? Manuskript? Vorgeskriptete Events. Ah, F5. So. Wake bekämpft einen Besessenen mit Licht. Hier in der Seite. Oh, keine Ahnung, was das ist. Äh. Äh. Okay. Oh, oh, oh. Leute. La, 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 la. Ich geh einfach mal hier runter. Wo es nicht weiter runter geht. Oh, diese Lichteffekte. Das ist übelst. Boah, Junge. Was ist das für ein Freak? Wie weit kann der springen? Oh, ho, ho, ho. Da vorne ist Licht. Nein, 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 nein gesehen. Ich will nicht mehr. Okay. Was haben wir hier? Revolver Munition. Kann ich irgendjemanden anrufen? Telefonjoker oder so? Ach nee, oder? Junge, bitte halt einfach die Schnauze. Oh nein. Das ist kaputt. Das geht nicht auf. Das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Das ist nicht cool. Oh, jetzt habe ich einen Stromschlag bekommen, oder was? Wo ist dieser Bulldozer? Wo ist dieser verdammte... Alter. Ja, ja. Mhm. Immer schön hier lang, ja. Ach. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Okay, ich soll anscheinend in diese Richtung gehen. Ah, hier sind überall Pfeile, die nur im Licht sichtbar sind. Okay, das Ding scheint unter Strom zu stehen. Was haben wir hier? Eine Kettensäge. Mhm, mhm, genau. Treten? Wie treten? Alter, was hast du denn da jetzt gemacht? Ach ja, das Licht aus. Mhm. Okay, jetzt ist aber hier alles aus, wenn ich das richtig sehe. Kann ich hier drüber gehen? Ja, ich kann hier drüber gehen. Aber warum sind hier die Pfeile nach da hinten? Wenn ich hier jetzt... Ach, ich gehe jetzt erstmal hier rüber. Da, wo die Pfeile sind, da wird es bestimmt weitergehen. Kontrollpunkt erreicht. La, 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 la. Alter. Ja, ja, ist alles gut hier. Oh, was haben wir da hinten? Gut, bis, bisweilen funktioniert das noch hier ganz gut mit uns. Manuskriptseite. Okay. Ach, wenn ich hier gegen die Wand... Dann wird es wirklich dunkler, weil der Lichtkegel nicht mehr so... Oh, das ist, das ist schon geil gemacht. Das ist schon übelst geil gemacht. Das gefällt mir richtig, das Spiel. Ja, ich muss auch sagen, ich nehme das jetzt ein bisschen später auf. Also, ich kann jetzt gerade gar nicht gucken, wie viel Uhr wir haben. Auf jeden Fall schon nach eins. Es ist jetzt nicht so schlimm wie ein Silent Hill. Oje. Also, Silent Hill ist durchaus schlimmer von der Atmosphäre. Die Rahmen... Äh, Nachladen. Ach ja, la, 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 la. Ich gehe mit meiner Laterne. Meine Laterne mit mir. La, 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 la. Ach, das ist unglaublich. Warum nicht? Es sieht doch schön aus. Ach, wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Meine Güte. Geht's hier lang? Geht's hier lang? Ah, eine Thermoskanne. Ansonsten ist hier nichts mehr. Ob ich eigentlich die ganze Zeit nur in solchen Wäldern rumrenne? Hm. Kann ich hier was machen? Nein, der steckt da einfach nur so drin. Die Tankstelle erreichen. Ja, von mir aus. Oje. Wasser raus. Ich gehe mal hier rüber. Oh, nee. Okay. Tu jetzt einfach mal so, als hätte ich ihn gerade eben nicht gesehen. Hab ich ja auch quasi nicht. Er war ja direkt wieder weg. Ah, ah, ah. La, 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 la. La, 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 la. Da drüben hätte ich aber jetzt auch nochmal erst gucken können. Da gehe ich jetzt nochmal kurz hin, würde ich sagen. Oh, da liegt noch was. Revolver-Munition und eine neue Batterie. Ja, beweg dich mal ein bisschen schneller. Ah, Alan. Oh, nee, oder? Okay, er kann also schon mal nicht schwimmen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Okay. Okay. Gut, das kennen wir ja jetzt schon. Gehen wir mal hier jetzt ein bisschen schneller durch, wie gerade eben. Einfach nur, weil wir es ja schon gesehen haben. Hatten wir das hier hinten? Wurde das schon gezählt, oder? Nein. Müssen wir nochmal einsammeln. Machen wir das ja auch noch schnell. Äh, ja. Ja? Ah, jetzt. Okay, also schwimmen kann der gute Mann hier nicht. Und... Ach, das ist schon mal... weniger gut. Muss man echt aufpassen, wo man hinläuft. So. Jetzt aber erstmal in diese Richtung. Bevor ich nach da hinten gehe. Da, wo ich eigentlich gerade eben schon hin wollte. Da liegt auch noch eine Manuskriptseite. Schön. Wofür die... Das würden wahrscheinlich auch irgendwelche Collectibles sein. Ja, du verschwindest ja wieder. Das hatten wir eben schon. Das kann ich dir erzählen, wo du hingehen wirst, wenn du es so weitermachst. Dann werde ich dich nämlich mit meiner epischen Taschenlampe so lange anstrahlen, bis auch der letzte Funken Böses aus dir... Ah, halt. Ohoho. 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 Boah, Alter. Alter, 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 Alter. Mach doch nicht so einen Scheiß mit mir. Ich bin doch... Ich bin doch so ängstlich. Okay. Ja. Jetzt haben wir uns wieder gefangen. Jetzt geht's weiter. Wofür haben wir eigentlich? Ah, 17 Minuten haben wir schon. Okay. Beeilen wir uns mal ein bisschen, dass wir noch zur Tankstelle auf jeden Fall kommen. Boah, nee. Ja, ja, du zeigst in die Richtung, dann gehe ich mal in die. Das hat echt schon... Okay. Es hat echt schon eine beklemmende Stimmung. Ja, liegen hier einfach Revolver-Munitionen rum. Mitten im Nirgendwo. Natürlich, warum auch nicht? Oh, was haben wir hier? Es gab keine Kraft. Es war ein Generator, irgendwo an der Loggungsseite. Okay. Okay, da oben liegt auch noch was drauf. Oh, Leute. La, 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 la. Hochklettern. Wir haben sie, um wemens Willen, diese Leiter da dran festgemacht. Also, das ist ein Holzfällerlager, so spooky. Ah, eine Thermoskanne. Ach ja, du hast sie jetzt echt nicht wehgetan, nur weil du da runtergesprungen bist. Und hör verdammt noch mal auf, Selbstgespräche zu führen. Ist ja echt schrecklich mit dir. Das ist nichts zum Aufsammeln. Da vorne blinkt doch was. Ja, ja. Das war ja irgendwie auch klar. Oh, Leute. Das ist echt uncool. Nein, 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 nein. Wie schnell auch einfach diese blöden Batterien leer gehen. Junge. Alter Schwede. Uncool. Echt uncool. Lass mal hier reingucken. Was liegt da noch? Oh, eine Schrotflinte. Ah, ja. So, geht das doch schon mal ein bisschen besser. Was liegt hier noch? Ein Manuskript. Ja, ich werde die Folge ein bisschen auch überziehen. Oder? Ja, komm. Oder? Nein. Wir werden hier jetzt an diesem Punkt erstmal aufhören. Ja, ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder gefallen und bis zur nächsten Folge. Ciao.